Ich bin Claude Nicolier, der erste und einzige Schweizer, der in den Weltraum gegangen ist und ich brauche einen Erfolger oder eine Erfolgerin. Ich halte diese Fackel seit 43 Jahren als bisher einziger Schweizer Astronaut der ESA. Es ist Zeit für mich, diese Fackel überzugeben an die Ein nächster Astronaut oder Astronaut in der Schweiz. Viel Glück. Die Astronauten sind ein bisschen die Ambassadeur der Humanität. Man muss sich selbstbewusst sein, man muss sich selbstbewusst sein, man muss sich selbstbewusst sein, man muss sich selbstbewusst sein. Wir haben diese Aufgabe, die in Gruppe zu erreichen, oft schwierig zu machen, und die lange dauert. Man muss diese Entscheidung ein bisschen wie ein Examen an der Universität. Ein Examen an der Universität, wenn man sich sicher ist, kann man sich selbstbewusst sein. Für eine Astronauten ist, man muss sich selbstbewusst sein. Das ist evident. Und dann muss man die Hoffnung und die Hoffnung und die Hoffnung zu lernen. Der wichtigste Räum des Astronauten ist, dass man sich selbstbewusst sein, zu 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 sein. Aber es gibt auch die Arbeitsplätze der Station Spatialen. LESA will continue de jouer un rôle important dans l'exploration de l'espace par des moyens habités, des vols spatiaux habités, und auch zum Programm Artemis, ein Programm des Retour à la Lune für die Amerikaner und der Exploration Lunar für die erste Mal für die Europäische Europäische. LESA Für das ist, muss man sich passioniert werden. Es gibt absolut keine Worte. Das ist der Anfang der große Aventur. Aber es ist auch dieses Worte, das Gefühl zu erleben, zu erleben, zu erleben, und zu erleben, und zu erleben, zu beurteilen, zu reagieren, in der Falle Probleme. Es gibt auch die Europäische Europäische, die mögliche, zu laufen über die Lune, wahrscheinlich zu Beginn der nächsten Jahrzehnte, bis zum nächsten Jahrzehnte, bis zum nächsten Jahrzehnte. Die Welt ist absolut splendide. Und für diejenigen, die 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 Welt anschauen, das ist wirklich eine absolut extraordinaire Vision. Sie sind Ingenieure, Wissenschaftler oder Mediziner, und Sie haben eine Leidenschaft für die Raumfahrt. Melden Sie sich für die nächste Astronautenselektion TEREZA. Eine neue Worte. Die Welt ist ein Mensch. Eine Ausbildung.